Es ist nicht, dass wir einen kurzen Zeit leben haben, sondern dass wir viel verbrauchen. Eigentlich keine andere Benutzung als Anlauf für die Box zu holen, wie man zum Beispiel hier sieht, Beispiel 2, das Herzstück des Rote Hornparks ist natürlich die große Quarter, die würde ich sagen ungefähr so 2,10 Meter hoch ist. Hier in der Mitte hat man dann eine Bank-to-Bank-Section, an der einen Bank ist auch noch ein London-Gap dran und man hat ebenfalls auch noch einen A-Frame mit einer A-Frame-Ledge. So direkt an der Box haben wir noch eine Up-to-Table-to-Down-Ledge, würde ich so sagen. Wird nicht so viel benutzt, wie sie wahrscheinlich benutzt werden sollte. Außerdem eine wunderbare Down-Rail mit so einem leichten kleinen Kink, aber ist sehr schön zu fahren, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, wunderbar. Dann haben wir noch hier eine Bank-to-Table-to-Bank nach oben, können wir als London-Gap sehen, ist es aber eigentlich nicht. Theoretisch aber auch doch, naja. Daneben ist eine wunderbare Down-Ledge, die zwei Kings drin hat, sehr eklig zu fahren, aber macht auch irgendwie Spaß. So und auch die letzten zwei Rampen, die ich belichten möchte in diesem Video, sind A, die Bowel. Die Bowel hat eine sehr interessante Form, ist aber relativ klein und relativ schmal, sprich nicht die geilste Bowel zum Fahren, bin ich ehrlich. Und die mit Abstand beste Rampe in diesem Park ist natürlich die Suzuki Quarter. Es gibt keine Rampe, bei der man besser rausfliegen kann. Wo ist denn hier die Bremse? Die Bremse ist genau hier. Ein Brems mit den Schuhen, damit sie dann irgendwann so hier auskommt. Brems mit den Schuhen, damit sie jetzt in den Schuhen. Ein Brems mit den Schuhen, damit sie jetzt nicht zu sehen. Unter Umständen habe ich vergessen, ein Intro aufzunehmen für die Motocross-Strecke. Wir waren auf der Motocross-Strecke, mein Bruder ist da gefahren und das sind die Videos davon, die wir gemacht haben. Oh, you tied, one more chance, oh, kiss me now, don't say goodnight, I love you, I love you, I love you, I love you, need you so bad, give me another chance. One more kiss, oh, help me now, before... Ah ja, das war mein kleiner Magdeburg-Trip, ich habe auf jeden Fall Bock noch mehr Städte zu fahren dieses Jahr. Mal gucken, wie das alles wird, aber ich denke mal, es wird alles gut, bis dann. Tschüss!